so hallo dies ist hier kein werbevideo für meinen zahnarzt sondern eher ein dankes video weil angefangen hat es vor drei wochen als wir im urlaub waren und nach der ersten woche dann schon meine prothese also mein zahnersatz verblendung runter brach mein sohn hat dann gleich im internet geschaut ist auf medical travel gestoßen da haben wir da angerufen war ein herr mario bärl die hat mir dann gleich gesagt dass ob ich whatsapp habe dass wir uns doch kostenlos über whatsapp verständigen können eine halbe stunde später kam dann schon die nachricht dass mich um 12 uhr das war dann insgesamt eine stunde später der chauffeur vom zahnarzt abholt dann hat er uns direkt zum zahnarzt hin geleitet ich dann noch mit in die praxis da wurden wir dann von der dolmetscherin empfangen dort in der klinik ist alles sehr sauber und steril und hygienisch man hat dort ein gerät das macht man die füße rein dass man überzieher auf die schuhe hat dass man nicht mit straßenschuhen durch die praxis läuft nicht ganz toll dann hat sie mich musste mal so ein fragebogen ausfüllen dann hat sie mich im zahnarzt dr burak simsek vorgestellt der hat sich dann erst mal ein grobes bild gemacht mal geschaut was gemacht werden soll dann wurden röntgenaufnahmen gemacht dann haben wir einen kostenvoranschlag gemacht hat mir alles anhand vom monitor wo man dann das röntgenbild sah hat er dann alles genau aufgezeichnet auf das bild dass ich sah was gemacht werden soll und wie es dann in etwa nach aussieht dann habe ich dann gesagt also gut ich mache das wurde gleich eine wurzelbehandlung gemacht am nächsten tag musste ich nochmal kommen zur kontrolle dann wurden zähne abgeschliffen abdrücke gemacht ich hatte dann insgesamt fünf zahnarzt termine wurde jedes mal vom chauffeur vom zahnarzt abgeholt wieder zurück gebracht meine söhne durfte mich jedes mal begleiten die dolmetscherin war auch meistens da und noch das dass der zahnarzt ja auch deutsch lernt brauchte sie nicht jedes mal anwesend zu sein und am tag bevor wir zurückflogen bekam ich dann meine zähne hatte ich dann am morgenen termin dass wenn was wäre dass ich dann am abend nochmal hätte den zahnarzt kontaktieren können es war aber nichts ist alles gut ich habe dann auch keine schmerzen mehr gehabt und ich bin jetzt über eine woche wieder zu hause und ja ich bin sehr glücklich mit meinen neuen zähnen ich hatte nur in den ersten tagen bis ein komisches gefühl da ich unten noch nie etwas hatte da haben auch schon seit 30 jahren die backenzähne gefehlt und ich kann jetzt richtig mit meinen neuen 10 strahlen ein dank an die klinik sieht es an die firma medical travel mario berl die dolmetscherin dann an den zahnarzt burak seinen assistent seine arzthelferinnen alle waren dort sehr nett man fühlt sich dort gleich daheim und das motto von der klinik lautet auch als fremde kommen als freunde gehen und so war es bei mir auch und ich werde nächstes mal wieder wenn wir in die türkei gehen zur kontrolle hingehen und auf diesem weg noch mal herzlichen dank für alles tschüss tschüss